auf minecraft meine kraft mit mir spielt der riefer in abojan hallo hallo das exe hallo und das ne da ist auch ein wichtiger und das gibt es ja voll ab und wir haben als items die bombe ist total scheiße und wenn riefer ein hinterher rennt und wenn ich einen hinterher rennt und keine nix in der hand hat immer hinterher herren dann hier von riefer dann ist dann immer hinterher rennt vor allem wenn es dann piepst aber was zu toll ist wenn ich das machen will sieht mich nah wo ich kann ganz hinten stehen wo bist du eigentlich sieht das wo bist du ich finde ich sollte mir das halt ist ein button einfügen das dinge das dinge wo ich die dinge hier einsammele ich erzähle mal so einen kleinen funfax zu diamanten diamanten sind nicht die stabilste form eigentlich nur grafit er lässt in den diamanten nach 120.000 jahren rumliegen da wird er zu grafit warte mal exe hatte irgendwas in der hand glaube ich der wollte mich hochjagen exe hat geschossen exe hilfe nein hab ihn wurde explodiert bestimmt ne explodiert dich oh mein gott hey cool ey ey was was ist das weg warum hast du denn gesagt weil der mir hinter hier da hier hinter mich rumgestochert hat also ich sag jetzt mal nach außerhalb prinzip ist es nahe rum also ich hab definitiv gerade ein traiter getötet was denn ahhhhhhh 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 mann noo nein ich hab die arschwaffe für so ein kampf für so ein kampf arschwaffe jaaa für so ein kampf okay bist du drunter gesprungen nein weißt du das so echt verpasst runter gesprungen das hältst du von mir ich weiß nicht hattest du gedacht das ist nur eventuell so runterspringen ahhhhhh jawoll ahhhhhhhhh sorry snaea ich hasse die neuen items ich weiße ahhhhhhhhhhhhhh leute der gruntf auch mich 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 da bringst du mich auf ne idee reaper reaper will kommen Wann war er gesehen, dass ich Traitor bin? Ich hab den Triggerfingerchip eingesetzt. Ah, das war echt lustig. Wann war die Fernbedienung in meiner Hand gesehen? Ich hab ihn gerade eingesetzt, da hat er zur Fernbedienung gewechselt. Vor allem, ich hab die ganze Zeit mit dem Triggerfingerchip versucht, den Snay einzusetzen, aber es hat nicht geklappt. Willst du was gern? Willst du was gern? Komm her, komm her. Willst du was gern? Wann war er? Ja, bin ich. Professor in der Ausbildung. Was? Nein, gar nicht. Ich hab die Leiche noch mal erschossen. Ich hab ihn zuerst Schaden gemacht im ersten Schuss. Ich weiß nicht, ob man zu stehen hat. Was hat er denn in der Hand? Diese Remote-Bomb. Aber ich find die gerade nicht mehr, die ist hier irgendwo weggeflogen. Ihr habt's aber auch gesehen. Ist das denn nicht diese Sticky-Bomb? Ich würde behaupten... Warum sieht man die bei dir? Ich würde behaupten, einer von euch dreien ist es noch. Wow, wow, wie kommst du jetzt auf die Lone? Ja, okay. Stimme ich dir zu. Aber wenn von hier geschossen wurde... Also der Traitor unter euch, Enos kann ausflippen. Müsste nach ballistischem Verhalten die Bombe in diese Richtung im Meer gelandet sein. Nichts. So weit fliegt die doch gar nicht, oder? Normalerweise landet das Traitor-Item, was du in der Hand hast, direkt dann neben der Leiche. Es sei denn natürlich, da ist noch mal eine Kugel draufgeflogen. Oder wenn du das... Das kann aber auch sein. Stimmt, das auch. Nao, aufpassen, Nao. Ich hab sie nur gut versteckt. Ähm, wenn der Traitor da reingeht, dann hat der schon... Verstehst du? Ja, ich weiß. Nao, wenn du jetzt Traitor bist und du da reingehst, dann kannst du ihn wiederbeleben. Aber wir haben uns ja alle im Blick, ne? Wie gesagt, das Ding hat man ja auch geschickt. Das Problem ist, der Traitor kann da einfach reingehen und da kann keiner was gegen machen. Dann warte ich schon mal, dass ihr wegguckt, ne? Ah ja, Echse ist ja ungefährlich. Ich fasse auf, dass du da nicht reingehst. Weil ich hab's nicht auch so ein bisschen im Verdacht. Wo ist Cyber World? Naja, ich hätte noch... Ich hätte noch nichts, was mich zum Verdacht macht. Was? Ich geh nie wieder in eure Richtung, da kann man einfach nur geil das Tier. Ich dachte gerade... Ich geh lieber mal ein paar Schritte weg. Reap, bewach du am besten in... Oh! Reap, bewach du am besten in den Traitorraum. Ja, ich hab' die Hände voll in den Ziererhälen. Reap, bewach du am besten in den Traitorraum, weil Nabu hat seinen Traitor leicht hergelegt. Ich sing das Lagerfeuerlied... Das Lagerfeuerlied... Ich bin glaube ich gleich droger auf mein Saar, aber zieh doch nicht. Ich bin glaub ich gleich droger auf mein Saar, aber zieh doch nicht. Ich bin glaub ich gleich droger auf mein Saar, aber zieh doch nicht. Ich zieh nicht mein fucking nur Sinn! Und das Lied geht noch viel schneller, wenn Echse mich ins Feuer schubst. Was war's? Es ist Cyberpods. Es ist doch hundertprozentig, der zielt die ganze Zeit mit einer Rifle. Nein, ich geh nicht nur in Richtung, wenn ich zu euch geh, weil ich sofort auf Traitor komme. Ich hab immer eine Rifle. Ich stell mich mal lieber hier in den Bomben, der kann eigentlich nicht treffen. Exit... 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 Exit wann hab ich nicht mehr... Wer ist denn dahinten? Der Narben kann er auch noch treffen. So, hier bin ich sicher. Nein, ich kann nicht mal noch in Richtung gucken. Wann darf ich hier noch was noch jemanden... Ja, wir bleiben hier und ich pass auf das... Jaja, du kannst auf mich aufpassen gerne. Ja. Ich kann doch die Glocke nehmen, dann ist das ungefährlicher für dich. Ja, das ist die Glocke, okay. Ja, das ist die Glocke. Der zieht immer noch hier auf uns, ey. Wow. Jetzt zählt er anscheinend mit scharfen Geschützen. Hallo? Wer lebt denn jetzt noch? Ich? Ja, ich hab dich gesehen, du zählst nicht. Ah, ja. Ja, also... Du bist Inno. Ja, Cyberbot ist es. Oben auf dem Dach, Traitor-Tester. Oh, bist doch klug. Wir hätten losgekommen. Äh... Hi. Hi. Hey, nicht so viel zappeln. Nein. Sorry! Sag mir, so bin ich wild! Nö. Bist du jetzt runter gehöpft? Nein, ich bin im Treyraum. Ich bin Traslay wieder. Achso. Gut zu wissen. Denkst du zwar nicht, aber mach ich kackvolle Kanäle. Hm. Ich dachte eigentlich hätte dich da vorne gesehen. Bin ich gerade ein bisschen ratlos. Ja. Achso. 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 Das war so gartos, ey. Das war so gartos, ey. Das war so gartos, ey. Sairo kommt in die Ecke. Na, wo geht eine Ecke weiter? Es war ihr so klar, dass... Na, warum schriffst du so früh, Mann? Das nächste Mal heftig stieh dir an. Snape, hör auf mit dem Ding zu spielen, wenn du mich nicht umgehen kannst. Das nächste Mal heftig stieh dir an. Fremd deinen Flopper auf, ne, und an. Sei still, Snape. Sag's ihm doch, dann achte der die ganze Zeit darauf, dass du sie ihm eben nicht anhängst. Aber wenn er dann wieder T-Kollege ist, kann er sich schnell einen Flopper tanken. Dann weiß er, dass ich das mache. Also, äh, Lifetime-Story, ne, ich habe gerade meinen Lichtschalter mit einem Brotmesser angemacht. Ah, du hast verstand's ja gut? Wow! Hast du das nicht voll eingeschnitten hier so? Ja, ja, genau. Soll ich dich eingeschnitten? Ich wäre für eine Abstimmung. Cyber-Kön. Ich wäre für. Okay, cyberbombing. Cyberbombing. Ich sage, wieso war er bisher immer T-War. Wann, was hast du in der Hand? Eine V? Okay, das war kein Trigger-Fingerchip. Wow, das war knapp. Das war echt knapp. War es Major-Stay, der die gehofft hat? Ich würde behaupten, ja. Das kam zumindest von da. Dann kriegt der... Dann wird der abgeschlagen! Dafür bin ich auch. Also, ich bin immer dabei, wenn, ähm, Snay abgeschlagen wird. Du willst abgeschlagen werden? Okay. Jetzt kommt NARV und, äh, Reaper gemeinsam aus dem Haus. Lebst du auch Reaper? Ja, aber ich schieße unkontrolliert. Was? Dann hat dir irgendwer einen Trigger-Fingerchip angehackt. Wer war bei dir in der Nähe? Der NARV, die stand aber vor mir. Dann leg deine Waffen weg am besten. Ich darf noch keiner. Ach, das macht T-Ship. Du guckst niemanden an. Aua. Okay? Aua. Guck dir auch einen Headshot geben, Reaper. Du reißt es ja aus. Das ist Major-Stay. Major-Stay. Schubst dich. Wenn sie mir Verletzung machen. Ich hieße ich. Hallo. Ach du, der ist da drüben. Okay. Okay. Naja, ich hab dich gerade gesehen. Ich darf erst keinen angucken, wenn du wirklich einen Trigger-Finger schockst. Cyber-Bart, du versuchst wieder jemanden zu töten. Hey! Ich würde sagen, das war Reaper. Dead-Ringer, oder? Dead-Ringer. Du hast einen Headshot gegeben. Hä? Das ist... Kann einer Snail confirm? Da hinten ist jemand gestorben. Das hat mich gerade gemacht. Kann ich einer Snail confirm? Und sich da hinten rauszulegen. Wow. Da ist jemand gerade gestorben. Aber wo war das? Kann ich einer confirm? Ich kann, wenn ich da tot bin. 3 zu 1. Wir haben uns geschossen. Snail mit der Sniper. Ja, das war ich. Ich hab dachte, er hat Exe aufgehenschen. Das hab ich gerade gedacht. Hä? Du hast den hin. Aua, aua, aua. Reaper. Reaper. Hä? Also, I- Ich glaube, es ist extra in Weefas Verkleidung. Nee, es ist, äh, Weepa mit, äh... Wer ist tot? Was war der? Er ist jetzt tot. Da hab ich gerade in der Luft. Da wäre er gesprungen. Ja, das hat mir gerade mein Leben gerettet. Peter Schwinn war da. Danke. Confirmed genug für dich? Ja. Ich hab ein Snail abknall geblieben. Viel Spaß. Stimmt. Ja, ja. Ich glaube, damit bin ich einverstanden. Mhm. Find ich gar nicht nett. Guck mal, dass hier jemand wiederbelebt hier so, ne? Das ist auch nicht so cool. Ja. Der liegt ja in der Hölle. Ja, die Leiche liegt da unten. Die Leiche liegt da unten. Du bist auch nicht nett. Wo ist denn da? Äh, ich glaube auf dem Turm, oder bist du das? Nee, das bin ich. Das bin ich. Wer schießt auf den Typen auf dem Turm? Das bin ich. Ja, hatte ich da nicht vor. Ja, ja, ja. Glaube ich. Glaube ich dir sofort. Ich hab eine Vermutung. Ja, dann vermute mal weiter und schneller. Nein, die Vermutung hat sich nicht bestätigt. Doch. Toll. Die überlebt doch hier grad Reaper wieder. Ja, bestimmt. Ja, ich bin grad voll dabei. Ich seh's. Ich hab Tab offen. Wenn er da überlebt, sag ich's dir, ne? Zack und er ist wieder am Leben. Mhm. Also laut Tab. Naja, fast. Aus Tab. Ähm. 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 Aber wir müssen auch mit dem Dead. Ja, weil ich sie grade angeschossen habe und sie im Deadwinger gefallen ist. Ach. Ja. Das tat weh, ja? Vor allem, sehr lustig, in dem Moment ist er halt grade wirklich zu E-Pass gleich gegangen. Irgendwo hier. Ja, ich seh's. Seid Missy. Was ist denn da hinten? Beim T-Test, dahinter ist jemand. Oh. Stimmt. Oh. Oh. Oh fuck no. Jawoll. Hehehe. Immer Cybermon gegen Nabu, das letzte Duell. Das war so geil. Gegen die Cyberaufentwicklung. Ey, er war da zu geil. Ich hab das Trigger. Chip hat Kinderkopf. Boop, boop, boop. Ja. Alle glauben's mir. Voll geil. Boa. Ich hab dir nicht mehr geglaubt, nachdem du mich so perfekt bei der Diegel getroffen hast, nachdem du immer noch auf mich, auf alle gezielt hast. Ja komm. Naja. Aber wir standen ja beide, ne? Von daher hätte es ja sein können, dass derjenige in dem Augenblick gedrückt hat. Ah, macht das wirklich? Wie ist es der Geibing? Ja. Wenn du gesagt, wenn du einen Triggerfinger Chip hast, dann ziehst du ja normal auf keinen mehr. Vor allem, wenn er ja gesagt wird, zieh auf keinen anderen mehr. Ich hab ja auch auf keinen gezielt. Wieso? Du hast auf mich gezielt. Ja, du warst ja auch mein Zahn. Aber ich hab Fieber doch so richtig schön weggenommen. Er springt und ich hab ihn gekriegt. Fieber, du kannst jetzt nicht sagen, aber das war ein schöner Kiel. Aber das war echt egal mit dem Triggerfinger. War ein schlechter Kiel. Was? Ich hab dich in der Luft geguckt. Da! Komm her! Wo ist das denn? Ach, das ist Nähchen. Nähchen. Komm, komm. Ich rebe bei Westerfinger, du wirst du mir damit überstehen. Hasi, Reepy und so'n Shit, ne? Mit der ganze Spitzname ist. Kommt das wieder, Alter. Ja, das kommt jetzt wieder. Das war, das war doch die sinnfreiste Folge bis jetzt, glaub ich, ne? Ach ne, ne. Das war das mit den Arschwürmen? Ja, genau, das war das mit den Arschwürmen. Das war mit den Arschwürmen. Das ist die sinnfreiste Folge. Bei Arme ist die von mir, Raider 9. Hast du gerade... Ja? Ich weiß nicht, aber du hast gerade... Sirewatch, hast du gerade jemanden getötet? Nein! Der hat Fallschaden bekommen! Der hat Fallschaden bekommen! Lass mich durch! Vielleicht hat er auch Fail-Schaden bekommen. So, warte. Fertig angeheftet. Also alle von Sirebot. Alle von Sirebot weghalten! Resseln! Alter! Alle von Sirebot weg! Alle von Sirebot weg! Ich hab ihm ne Bombe angeheftet. Wieso hat er so ein, ähm, Parkhilfengerät hier an dem Hinterkopf? Ja, ich hab ihm ne Bombe dran geheftet. Sehr gut. Das ist doch cool. Warte! Ist es nicht dann sicher, ihn umzubringen, wenn er ne Bombe hat? Nein, ich hab nix dran gemacht. Ich bin kein Tee. Ich hab keine Bombe, Alter! Äh, der Block liegt noch genau, ne? Nein! Warum eigentlich sind hier so drei Brickzones hinter der Schiene? Ähm, damit du das hier malen kannst. Der hier ist aus dem Wetterringer und versucht ihn nieder zu knöbeln. Helft mir! Nein! Wo ist er? Ja! Hex ist es! Nein! Klick, klick! Er lebt doch noch. Oh ne, er lebt doch nicht mehr. Bist du der Letzte? Bist du wieder der Letzte? Nein! Bist du wieder der Letzte? Er lebt! Ah! So, erzählen Sie herüber. Wer war Tee? Mhm. Oh Gott. Sie sagen, Cyberbot war es nicht. Okay. Und danke für die Aussage. Hier kriegen Sie ein kleines Geschenk für die Aussage. Wo ist der Letzte? Komm her. Put mit. Komm her. Ich sehe da was rum. Weh da! Wieso treffst du ihn nicht? Nein! Ach, Mann ey. Ach, komm. Meine Superdisco hat auch nichts gebracht. Ja, ich hab gehofft, dass er dort war, aber er war oben. Ja, ich hab auch ne Superdisco geworfen gehabt. Die hat rein gar nichts gebracht. Wie zur verwirklichen Hölle kannst du die scheiß Dickie Bob irgendwem anheften? Ich tue die ganze Zeit linkskrieg und es passiert überhaupt nichts. Ja, du musst nah genug dran sein. Du musst warten, bis dann dieser Balken da abläuft, der dann halt so nen Ladebalken hat. Ach, das dauert auch noch ne Zeit. Ja, ja. Ach du Scheiße. Und das Problem an der ganzen Sache ist, während dieses Scheiß Ding auflädt, läufst du damit rum, du kannst die Waffe nicht wechseln. Ach, ich muss gedrückt halten. Erst sobald der Pilch irgendwo links auftaucht, du siehst dann die Sicht des Anderen. Sobald die auftaucht, dann kannst du wegpacken. Ich muss gedrückt halten, oder was? Also bei mir ging das aber schnell, eigentlich. Ja, gedrückt halten, bis der Charge beginnt. Ist das denn bei den beiden neuen Dingen? Ach so. Bei der Sticky Bomb und bei der Remote Bomb? Nee, beim Fingerfinger Chip musst du nochmal drücken. Okay. Einfach Swam damit. Ja, ja. Kenn ich. Von Viagra-Werbung. Aber ich bin die ganze Zeit da, wenn ich hinter Sirobots hergeraht und du wolltest ihm anhefte, das ist gar nichts passiert. Weil du... Ah, frag mich. Ich mach's auch nicht besser. Was ist das denn? Ich mach's auch nicht besser. Ich mach's auch nicht besser. Ja, ich... Ich wär grad fast wieder runter gemeint. Und Snape, wie geht das Minecraft umdrehen? Wieso bleibst du in der Richtung des Minecraft? Was ist das denn da? Das ist das Plasma. Warum habt ihr die Plasma nach uns? Wer hat ne Plasma geworfen? Wer war das? Waren sie das? Ähm, Reaper? Okay. Wer ist jetzt da? Wo? Hä, was hä? Hier fallen Minecrafts, Frau Müll. Minecraft? Echse? Ist das okay? Echse kriegt einen Minecraft am Kopf. Wo ist Echse? Da ist Echse. Ja, Alter, Leute. Ach mehr Echse. Sie kriegen einen Minecraft. Alter! Alter! Vorsicht! Nein! Das wurde abgeschlafen. Aufschlafen! Was? Alle Ere Paraloid. Reaper ist Paraloid. Wie weiß er das eigentlich? Oh, er war D. Der war innocenzhaft. Hilfe, was geht ich mit meinen Diamanten gerade ab? Reaper, ich geh dann schon mal, ne? Das hat mir gerade Sorgen gemacht. Wann war, könntest du auch in Diamanten zu... Ja, aber, 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 aber... Diamonds are the best friend. Spinning like a diamond. Ich hab grad Diamanten reingepackt in den Ofen. Snake schwimmt hier so rum. Der ist gerade so rumschwinsen. Der ist am rumschwanzen. Der ist am rumschwanzen. Was? Ich hab irgendwie das Gefühl, dass Cyber tot ist. Ich spiel doch mal Snape mit. Bist du sicher? Bist du sicher? Das stimmt ja nicht, Juro. Der ist der Liebling zählbar. Baut! Mist. Wer hast du jetzt? Ich hab die träge Masse nicht berechnet. Du berechnest gar nichts. Träge Masse? Von wem sprichst du? Von vielleicht von mir selbst. Gewinn einfach. Nein! Danke! Puh! Oh Mann, die Szene war echt so genial. Oh, Snape! Die wies sich geblieben haben. Cyberbats stoppt hinter Snape. Snape guckt den Tor um. Er tritt sich um. Auf einmal erschrickt er, dass sie über Cyberbats sind. Er steht in ihm. Hau mir den Platz, mein Mann! Ich geh mir durch. In dem Moment, wo Cyberbats in die Luft fliegt, snipe der Snape noch weg. Das mach ich damit, erwarte ich mein Tage. Auch wenn ich am sterben bin, mach ich mein Tage noch fertig. Mann, du hast exakt in dem Moment, wo du gestorben bist, hast du ihm noch den Headshot reingedrückt. Ne, ich hab die halbe Sekunde vorher. Ihr seid zur selben Zeit vom Turm gespalten. Ich glaub, ne halbe Sekunde vorher hab ich ihm noch. Wie viele? Ne halbe Sekunde vorher? Vielleicht eine Millisekunde. Halbe Sekunde. Ja, Millisekunde. Ja, Millisekunde. Ne, genau. Millisekunde. Nein, eine halbe Sekunde. Nein, eine halbe Sekunde. Nein, eine halbe Sekunde. Doch. Doch. Nein, aber dann gibt er nicht recht. Awww. Ich möchte aber recht. Weeper heftet mir was. Aber dann kriegst du nicht recht. Finde ich unfair. Wann mal piep. Wann mal piep. Ja, ich glaube. Wann piep 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 piep. Weil mein Wecker angegangen ist morgens. Hey. Geht mich gegen eine. Da oben. Da oben. Wenn wir so einpacken. Hallo. Hier ist ein Minecraft. Ich will wenigstens als Märtyrer dann hochgehen. Das Minecraft soll hier rein. Das Minecraft soll hier rein, Mann. Aber was hat das dann? Egal. Es war die perfekte Runde gewesen für Sticky Bomb. Und was macht Snail? Aaaaah. Ähm. PHD. Ja, PHD. Das war glaube ich. Ähm. Snail. Wenn ich tot bin, ist es Cyberbot erziel zu kommen. Wo ist der hin? Ich bin ganz sicher, dass er Snail war. Ganz sicher. Dankeschön. Ja, ich bin ganz sicher, dass er Snail war. Also richtig 98%. Okay. Der sagt auch nix dazu. Ja. Ich hab nicht gesehen, wer war. Der war plötzlich weg. Also. Ich dachte, es ist Snail. Ähm. 100% 100% ist das nicht. Ich piepe wirklich. Ich war Rebek von uns. Nein, ich piepe, glaube ich. Oh Gott. Irgendjemand piept hier. Die hier piepen. Ich glaube, Navo versucht mich anzupiepen. Geht voneinander weg. Geht voneinander weg. Nein, ich geh zu Navo. Wenn, dann geh ich mit ihr hoch. Geht voneinander weg. Auf du. Geht voneinander weg. Wieso einer von uns? Bleib doch mal stehen, Navo. Ich bleib doch stehen. Du hast glaube ich nix am Rücken. Warte, ich guck bei dir. Ich war's nicht. Aber wo bist du da? Nee, bei dir ist... Ich vergesse es, Snail ist es. Auch nix. Ja. Nee. Ja, Snail ist es. Damit hätten wir einen Stater. Ja, Snail hat ihr angeheftet an Wanwa. Und Navo ist nicht gestorben. Da war da so'n Popper, oder? Was nein? Navo stand direkt neben Wanwa. Was nein? Ist Navo jetzt an Navo? Navo konfirmt sich auch nicht. Schieß auf sie. Ich hab auch, ich hab auch Schaden immer befreundet. Ich hab den kapiert. Buggy, Bug! Ach komm! Hör, da kommt ein Schnee! Wo kommt ein Schnee? Wo ist der? Wo ist der Kerl? Wo ist der Kerl hin? Da wo? Ich hab Radar, der ist oben irgendwo. Ach, ja hier fließt nix nicht. Okay, stimmt. Leider nicht. Äh, doch. Der ist oben auf dem Turm. Ja stimmt, ich seh da sowas. Ich schick dir Unterstützung. Reda gar nix! Ja, ich schick dir Unterstützung. Los, fliegt. Hey! Fliegt! So dicht! Ja, so dicht! Braav! Ihr seid brav! Ihr seid brav! Wohle noch ein bisschen Spaß! Hey! Ich hab 11 HP, warum hab ich generelle Explosionsschaden? Ich hab 11 HP, warum hab ich generelle Explosionsschaden? Oh Gott! Immer! 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 Bist du im Turm hochgegangen? Nein! Ich bin doch irgendwo unten! Es war irgendwie klar, dass Navo... Ich hab einfach mal... ...durch eine Explosion... Ja, aber... Ich hab mich auch doof angestellt. Hey, ich hab im Turm durch Explosions einfach mal... ...bis auf 11 alles verloren von der HP hier, ne? Das hat der fast gut geklappt. Wär ich mit dem Flopper nicht runtergefallen. Ich hätte... Du warst das! Du warst das? Nein! Ich hab der Navo... ...Hartflopper gekauft. Ich hab das Anja angeheftet. Ja, ja. Ach! Du hast an Navo ne Bombe angeheftet! Okay! Dann war das die 2 Restprozent, die Navo doch Flopper war! Ich hab mir nur den Knöchel verknackt. Aber dieses Mal hatte ich keinen Flopper, habt ihr gehört? Oh, schon wieder! Oder was? Aua! Ey! Und dieses Mal hab ich nicht Bogen gemacht. Was kauerst du da so? Willst du was an mir anbringen? Huh? Huh? Spring doch mal! Spring doch mal! Das macht komische Geräusche, wenn ich auf dir rumheb. Huh? Boah! So ein Oh? Oder... Wie macht's denn so ein Oh? Ey, da hast du so geflogen! Wer... Wer ist da rumgeflogen? Toll! Ich geh auf Discus runter, Mann! Das mach ich hier oben, Max! Ich darf Discus weg! Was hast du hier unten? Ist ja nix! Mit der Akimbo! Ach, das ist ja klar, okay. Ja, das tut man gehört. Ich mag das, wenn's nachlägt. Na ey! Ich mag das, wenn's nachlägt. Wieso schießt du auf mich? Ich habe gar nichts getan! Also, du hast ja gesehen, dass ich eine... Spruchflinte in der Hand hatte. Ah, Mann! Exhibition to the prop kill! Ich liebe das! Repaces! Irgendwas liebt sie! Beim Traitor-Tester! Beim Traitor-Tester! Beim Traitor-Tester! Wann war ich hier oben? Traitor-Tester! Wo ist denn der? Im Traitor-Tester-Raum! Ach so! Gott! Wann war es auf, oder? Wann war es hundertprozentig? Ja, wann war es hundertprozentig? Ja, warum denn? Weil du grad zu mir läufst! Ist der im Raus nicht, oder? Weiß doch nix! Das war's mir wert! Er hat ne Bellmine da reingesetzt! Du tot? Er ist tot! Alter, wie... Wo? Alter! Und ne Springmine davor! Ernsthaft? Ach komm! Ach komm! Ach komm! Was? Versteht ihr? 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 Ja, das ist auch Traitor! Nein bin ich nicht. Du sagst gerade süß, wenn ich auf dem Grund sitze, sehe ich alles, ne? Gut, dann gehe ich runter. Da ist Tee. Ach, das ist du, okay. Du bist so was. Ich suche mir auch was zum Abschlag. Ich schlage aber nicht. Das ist wunderbar. Oh, das ist natürlich eine ganz gefährliche Waffe. Oh ja, damit kann man Pils. Hey, ich hab da überhaupt nichts gemacht. Ich hab 83 HP. Erklär mir, was du nicht gemacht hast. Keine Ahnung, wie es gekommen ist. Ex- äh, Ritter, wirst du mit der Ahnung? Das ist mein Körper drin. Äh, ich hält da hinten. Da, 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 da. Weißt du? Ja. Suchst du was? Ja. Gut. Alter. Ich so, wow, wow, nee. Was? Wo? Tot. Ja, okay, wo? Nein, nein, nein. Ich wollte ihn nur schubsen. Ich wollte ihn nur schubsen. Falls ihr Sneh doch noch seht, ne? Töten. Treppe runter und so. Ja, ja, okay. Und wenn würdest du schon die Treppe runterschubsen hier, Nabo? Wenn ich tot bin, ist es Rippo. Na, aber hört sich überhaupt... Ja, wenn Sneh auftaucht, ist er schlägt. Ja, wir sollten dann vielleicht ihn wieder vorne im Auge behalten, oder nicht? Ich denke, aber er ist schon durch den Mertür... ...durch den Mertür... ...durch den Mertür... ...durch den Mertür... Oh, ich sterbe! Oh, 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 oh! Axlor hat mir gerade das Leben gerettet, danke! Das wird gerade das Leben gerettet, danke! Mein Ping! Du hast gerade mein... Du hast gerade mein Leben gerettet! Das ist unwirrend, wenn du mich führst! Was? Weil ich auf dich gefallen bin und ich hätte so viel mehr Falsche abgenommen. Ja. Oder hast du gerade... Ey, da aus dem Leuchtturm wurde auf mich geschossen. Ich bin im Leuchtturm. Ah, hier drin schießt! Reaper? Ich kann nichts dafür! Warum kannst du nichts dafür? Er schießt automatisch! Das glaubt ihr doch, es ist keiner mehr, Mann! So, jetzt kann er nicht mehr schießen, jetzt muss ich nachladen, damit ich schießen kann! Dann macht er auch schon automatisch hier, du! Mann! Ich will doch mit der Krippe hoch! Ja, was aus dem Weg stehen! Ich bin ganz kurz nicht an meiner Tastatur! Und... Reaper geht nicht los und zu... Ich baue dir kurz was ran, ne? Du weißt du, ich weiß, King... will einfach... King nicht besser werden! Ich hab nur kurz was platziert! Mhm... Schieb kurz... Oh, Mann! Der ist so paranoiliert! Der guckt dahint! Ha, 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 ha! Autsch! Ha, 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 ha! Da war ich selbst gekillt! Oh, Mann! Oh, fuck! Oh, mein Gott! Ist dir keine verfluchte Disco mehr?! Anscheinend nicht, du! Irgendwann am Hass! Oh, Schöter, kauf mal ne Disco! Ist Snay jetzt? Du oder jetzt? Wir wissen nicht, was mit Snay ist! Wander... Lass dich wieder rennen so ruhig, Mann! Reaper sucht den Disco! Wieso ist dein Ding so scheiße? Das gibt's nicht! Reaper, weißt du, dass die auf dem Turm Discos sind? Die sind schon lange weg! Äh, Mann! Warum brauchst du den mal gleich so schnell, Mann? Wenn du dir bisschen sparen würdest du, ne?! Mein Ping regt mich da drüber auf! Ich guck mal die Hölle gar nicht! Boah, das geht doch noch! 150! Es geht nicht mehr! Das geht doch noch! Das geht doch noch! Das geht doch noch! Das geht doch noch! Kein Sinn, aber gut! Sag mal, wo ist Wandler bitte gestorben? Gute Frage! Nächste Frage! Nächste Frage! Ähm! Hi! Wie fliegt's mit der Disco los? Der Reaper will mich umbringen mit einer Disco! Schafft's nicht! Warum sagt X eigentlich nichts mehr? Der lebt noch! Ich lebe noch! Da! Ich hab nur grad die ganze Zeit darauf gewartet! Warum stalkst du jemanden nicht, Mann? Hör auf mich zu stalken! Ähm! Es soll letztlich! Auf! 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 Ey! Das sieht man ja auch nicht mehr! Der muss tot sein! Glaub ich! Kannst du mich jetzt da noch runterschubsen? Ja! Total uncool! Weißt du das eigentlich? Total uncool! Lebst du noch? Lebst du noch? Ah! Du hast überlebt! Okay! Ah! Der unten ist tot! Okay! Von wo? Ach! Ach! Vom Tor weg gesniped! Hä? Cyber! Nein! So! Wissenbau! Oh! Schönes Lern! Danke! Weitere habe ich mir extra Mühe gegeben, weißt du? Ach, bist du runtergeschwungen, ernsthaft? Nein, ich habe mich wechseln, okay. Hä? Ach da! Alter! Wieso? Hab ich immer das Pech? Hallo! Achso, wir haben das was mit der Folge. Schau mal wieder rein, danke für die Zusehen, bye! Tschüss! Tschüss! Tschüss!